Hab ich? Wo ich bei dir war, oder was? Nein, über Discord, glaub ich. Achso, stimmt, ja. Ja, das ist wirklich cool ausbrennen, oh mein Gott. Was? Was ist das für eine Map? Ich kenn die nicht. Wer ist dieses Moris? Ah, das ist vom Clown Beat. Das ist ein neuer. Kann ich dir schnurfen übrigens, ne? Er jagt dich. Ja, ich öffne Totems. Wie du siehst, ich öffne gerade den Totems. Oh, fuck. Er hat den Gen geschlagen. Was ist denn Kissing? Ja, da war scheiße drin. Ja, ansonsten, guck in der Killershake nach. Nein, scheiße! Hatte Iron Maiden. Ach ne, Dragon's Grip, oder? Hast du ein Gen... Ja, ich hab... Ja. Oh, dauert das lange? Du bist ungefähr 40 Sekunden-Expo, glaub ich. Ah, da sind die zwei letzten. Ja, was war... Der Cooldown, das sind 60 Sekunden. Ja. Der Cooldown hat die Autor für 80 Sekunden Cooldown. Ja, das ist halt echt so. Der Cooldown ist so dumm, einfach ne Perk. Ja, vor allem, weil der Cooldown ja nicht abläuft, während der Explosion aktiviert ist. Das heißt, du musst nitschen, die ich mehr als zwei Minuten... Oh, okay. Ich bin grad zu unfähig, um irgendwas hinzukriegen. Ich muss halt schon sagen, der Cooldown hört sich so ein bisschen an wie das Pferd, Alter. Holy Shit. Mit ne Menge Phantasien. Ach, er hat offensichtlich den Battle Pass gekauft, das sieht man. Ja, ich öffne grad die letzte Kiste. Tobi, du bist grad richtig gut, Mensch. Hat ich verloren? Ja. Nice. Kommt der Killer-Check in die Richtung? Ne, nicht mehr. Wenn ich mehr heilen möchte, ich bin in der Kaffeele. Und bete, dass er nicht wieder herkommt, aber er kommt dann. Im Keller ist noch ein brauner Wechselkasten. Ach, du warst grad im Keller? Cool. Tobi, ich wollte sagen, du sollst mich kurz zeigen, dann du siehst, wie ich bin da. Was ist das Schüssel? Ich hab doch gesagt. Er hat mich wieder... Ich hab's gehört. Ganz leicht. Ach, verdammt. Also benutzt du den Wechselkasten jetzt und nimmst dann wieder deinen Schlüssel? Right. Wollt ihr sagen, warum... Ich bin schon wieder der Erste, man bringt mir mein Perk doch nichts. Ich wollte erst fragen, warum krieg ich keinen Wechselkasten, um den Herzen zu sabotieren? Äh, ich würde eh keinen Befreiung mitnehmen, wenn wir sofort spielen. Ja, die Befreiung ist halt das Perk, dass du zuerst hängst, das ist halt so ein Klassiker. Das ist halt echt so, aber wenn ich den jetzt aber nicht mehr mitnehmen würde, dann wäre ich nicht der Erste. Ja, das ist richtig, aber wir spielen ja eh zu fett, deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht, den mitzunehmen, meiner Meinung nach. In der Theorie aber auch wiederum... Es lohnt sich auch doch schon wiederum... Es kann einen Vorteil bringen. Ich wollte sagen, es lohnt sich an dem Punkt, dass du halt quasi Zeit am Hard rausholst. Ja. Ja. Aber wie gesagt, es ist irgendwie so das Perk, wo man als erstes... Ah, der ist so reingefallen. Ich geh ihn retten, weil du willst. Ich wollte sagen, ich bin auch noch in der Nähe und mach grad den Den oben. Ja. Das ist aber sehr nett von mir. Komm euch mal, Michael. Ja, du machst den Den da oben. Ja, ich will den nur mit schneller heilen, weil ich sowieso schneller als, glaube ich, Batsche heile. Der Den ist da oben, ist Hälfte, deswegen. Natürlich kommt er wieder her. Ja. Oh Gott. What the fuck. Björn stellt sich einfach auf die Treppe. Hm. Ich... Komm da... Ah, scheiße. Er geht zum Drennen. Okay. Ja, ich hab's gemerkt. Er geht natürlich jetzt wieder auf mich. Ich komm mit von der Treppe. Wen auch sonst. Von der Außentreppe komm ich mal hoch. Er geht doch gar nicht auf dich. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Ja, wobei. Komm. Ich kann mir mit zum Drennen machen. Warte mal, bis er endlich verletzt wird. Lul. Er geht weg. Er geht weg. Warte, Emily. Lass dich doch verletzen. Ich wollte das erschienen, manch. Sorry. Er geht weg von mir. Kann ich nix dafür. Er kommt wieder. Ich wollte sagen, rennst du? Edmolid. Nice. Er dachte, ich wollte einfach dieses Opfer. Ja, komm. Hallo. Na, das hier. Als Opfer geklappt hat er nicht. Hast du ihn geblockt, weil er auch nicht gehen wollte? Nee, keine Ahnung. Er ist zweimal in die Wand reingesägt, um mich eigentlich klagen zu können. Aber er ist einfach nicht weitergedächt, deswegen konnte er mich nicht weg da. Er ist in die Wand gesägt. Er ist in die Wand gejudelt. Mann, der soll mal lernen, sich die Fähigkeit zu verwenden. Anfänger. Loll. Ja, ich... Ich wollte sagen, ich tue mich durch die Kiste durch, Alter. Wuh! 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 Wuh!